Scheiße, dafür bin ich aufgestanden? Also bilde ich mir das nur ein oder wird der Fraß immer ekliger? Was soll denn das überhaupt sein? Haferbrei. Denke ich. Wie kann man denn Haferbrei so versauen? Er ist der Neue da. Jensen Ames. Wie, der Fahrer? Hat noch nie von ihm gehört. Oh doch. Ich hab ihn vor Jahren fahren sehen, er war gut. Hat eine Weile im Norden gesessen. Hat seine Karriere ruiniert. Hält den runden Rekord von Willard, Union und Butler. Ich hoffe für ihn, dass er neben der Rennstrecke genauso schnell ist wie da rauf. Ihr wird's nie langweilig. Lasst uns besser verschwinden, Mann. Achtung. Da ist Pachinko. Du bist der Ehefrauenkiller. Man muss ein großer Mann sein, um eine Frau umzubringen. Ich nehme an, du vergewaltigst auch kleine Kinder. Habt ihr das alle gehört? Der Typ tötet Frauen. Vergewaltigt kleine Kinder. Was denkt ihr, was wir dagegen machen sollten? Runter auf den Boden! Runter auf den Boden! Wunder los! Keiner bewegt sich! Keiner bewegt sich! Er isst wohl nicht gern Haferbrei. Sie trauen sich ja was, den Anführer der Bruderschaft zu verdreschen. Aber im Moment ist das ihr geringstes Problem. Die Direktorin macht grausame Dinge mit Leuten, die sich mit den Fahrern anlegen. Gefangener 77119, Ma'am. Danke, Mr. Ulrich.